Die technische Ausstattung des Betriebs liegt uns für alle Mitarbeiter absolut im Herzen. Wer will schon mit alten, ranzigen Werkzeug auf die Baustelle gehen und hat dann im Grunde noch den Anspruch, qualitative Arbeit zu leisten? Das geht nicht. Deshalb. Bei uns ist der Maschinenpark top aktuell aufgestellt. Wir arbeiten zum Beispiel hier mit Hilti-Maschinen zusammen, mit Akkumaschinen um langwieriges Kabelziehen oder nerviges Kabelziehen an der Stelle zu vermeiden. Uns ist es wichtig, dass nicht nur die Maschinen, aber auch die Fahrzeuge und alles auf einem Stand sind, dass man damit einfach gute Arbeitsergebnisse erzielen kann. Und wenn was benötigt wird, wird es abgewogen und angeschafft.